So, meine Freunde, willkommen zurück zu Father's Day Teil 3, glaube ich, sind wir jetzt. Bin gespannt. Ah, hier waren wir noch gar nicht drin, ne? Ich hatte gesagt, wir brauchen eine Videokamera. Oh, sagt er. Okay, da muss ich irgendwie wieder angeln vielleicht. Ah, mit der Angel kann ich jetzt gerade hier nichts machen, nichts machen. Okay, wir gehen erst mal ins Haus. Da brauchen wir ein Brecheisen. Es ist halt sehr dunkel hier, ne? Hier ist doch gerade immer eine Tür aufgegangen, oder? Auf jeden Fall immer Steps dabei, die mitlaufen. Wo ist mein Polizeiwagen? Weg. Okay, wir brauchen unbedingt, anscheinend unbedingt ein Brecheisen. Boah, die Schritte, ne? Pass auf, gleich ist jemand da, der wirklich auf mich zurennt und ich reagiere nicht mehr. Ah, geil, steht da jemand. Ich kann hier nicht rum, ne? Also, wenn ich jetzt da rumgehe, dann wette ich einen drauf, dass die weg ist. Ja, sie steht da einfach. Scheiße, egal, wir gehen weiter. Oh, ein Brecheisen. Du musst hier irgendwo bestanden haben, gerade, ne? Hä? Hier konnte ich gerade nicht durch, ne? Die Hütte war gerade noch gar nicht hier, oder? Ja. Die Hütte war gerade noch gar nicht. Am Wochenende war gerade, ne? Der Klo. Röhrgerich. Der Klo. 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 Erklo. Der Klo. aber ich konnte das fenster nur aufmachen ich weiß nicht warum das gruselig war ich habe mich voll erschreckt mal in die gute stube habe ich das jetzt zu genagelt mal eben schnell jemand keine karte oder so was ja wir sind hoch ne leute wir sind hier hoch ja jetzt safe wir müssen was finden um den safe aufzumachen ich kann ja aber nicht hier hoch oder was ein handschuh ist das ok den brauche ich wahrscheinlich fürs klo bauzeug glas der denn hin oben hin die geräusche ist einfach so krass gemacht wirklich so eine hässliche wachspuppe die exeskarte ok die karte haben wir jetzt was fuck off ey krank den bunker zu geht das nicht scheiße der safe jetzt auf karte der karte den karte wenn die 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 Schon geil, schon geil, ja, Lampe mit, war da, naja natürlich ist sie nicht mehr da. Das Level kommt mir bekannt vor, aus, from day to day oder so, ich weiß nicht mehr, haben wir auf jeden Fall noch gespielt. Krass. Ah, das steht für Gestalten oben, Leute. Ich weiß nicht, warum er eh mal sein Licht ausmacht. Auch geil was hier. Also guck der mir nicht hinterher. Schaut schon grudelig aus. Da ist jemand in der Badewanne. Ich weiß aber nicht, wie ich hier bin. Okay, schon mal wieder einen Schalter, also einen Griff für den Schalter. Ich weiß nicht, ob die Kerze, was ist das hier? Ne, kann ich alles nicht mitnehmen. Da brauche ich ein paar Schlüssel für, ne? Okay, die Puppe ist weg. Ich höre doch schon wieder irgendwo Stimmen her. Okay, dann können wir den Schlusseilwetter mit aufmachen. Ah, wir gehen jetzt mal nicht raus. Ja, das ist lecker Spaghetti, Bolognese und Pizza. Ich weiß nicht mehr, welches es war. Da war hier so ein Spiegel. Man konnte mal in den Spiegel reingehen. Oder in den nächsten Spiegel, oder in den nächsten Spiegel. Ich weiß nicht mehr, welches Game das war. Oh, da ist der Totse. Oh, da ist der Totse. Oh, ein Brecheisen. Kann ich hier was ausrichten? Oben oder hier hin? Oh, okay, kann da oben gehen. Ob ist wieder weg. Okay, wo finde ich denn auch ein Dachboden wahrscheinlich? Ach du Scheiße, eh. Kriegt ihr drauf? Ey, ooo. Bleib bloß da unten. Phil? Ah, ich wusste es. Okay, sie bleibt da unten, aber ich kann nicht da rein, ne? Ich weiß noch, in der Online-Game muss man die Lampen immer anmachen, dann habe ich bestimmt eine Reihenfolge. Oh. Zimmer kommt mir auch bekannt vor aus dem anderen Spiel. Von Amika-Games. Es scheint immer so das gleiche Level-Design zu sein, ne? Der Crowbar ist anscheinend auf dem Friedhof. Also der hat das Brecheisen. Oh, das ist in dem Zimmer, wo der Typ am Fenster stand. Hier im... ...Pose-Detail. Boah, Leute, wir fehlen so viele. Der letzte Schlüssel. Kann ich auch nicht nehmen. Noch ein Foto. Ne, kein Foto. Das ist ja auch ultimativ hässlich. Hier war das Bart hinter. Mit diesem... ...Riesenauge. Oh, Mona, bist du da? Ja. Ich komme hier nicht rein, ne? Mal los den... ...den Rest suchen. Das Brecheisen. Bolzensschneider brauchen wir für die Ketten. Hierfür brauchen wir das Brecheisen. Ich denke mal, dass wir raus müssen. Irgendwo wird hier der Friedhof sein. Mal hier rein. Okay, wir schluss... Ne, wir wollen den Liedrich aufmachen. Nice. Gut. Leute, ich weiß, dass da nichts ist, aber... ...die Steps stören schon, ja? Okay, hier haben wir schon mal ne Schaufel. Hier war doch auf dem Foto irgendwo auch der... ...die Sprecheisen. Das Brecheisen. Genau. Ah, krass. Kacke, ich weiß nicht. Ich hab mir das Foto nicht so genau angeguckt, wo jetzt der... ...der... ...der... ...Wurzelschneider war, ne? Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal... ...schonmal jetzt schon mal einen Raum da rein. ...die Bretter von der Wand entfernen. Die Bretter von der Wand entfernen. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wo der Bolzelschneider stehen soll. Weil ich trocken mir die Fotos ja nicht richtig angeguckt hab. ...ich weiß nicht mehr. Also noch mal Dachgeladen raus. Oh. Mal Keller. Warte ich die Uhr hier? Tür zu haben? Ne. Ich glaube, das hier. Kann auch hier gewesen. Ne. Oder? Ne, das war nicht hier. Ne. Ah, okay. Dann weiß ich wo. Irgendwo oben Dachboden. Die kommen hier ja nicht immer hin. Hier war das irgendwo, glaube ich. Oh, hier, glaube ich. Wo auch nicht. Oder hier? Ja. Das war einer hier. Das war einer hier. Ich meine, ehrlich. Hätte ich hier gewesen, aber sieht nicht so aus. Was ist das hier? Noch ein Puzzleteil. Ne. Ne. Also hier ist es nicht. Müssen wir mal weiter... Was ist das hier? Ah, eine gute Puppe. Okay. Müssen wir weiter gucken. So. Ist ja wieder weg. Ich glaube eigentlich, dass wir in den Keller müssen, ne. Ich glaube eigentlich, dass wir in den Keller müssen, ne. Wie komme ich denn irgendwie an die Bilder nochmal dran? Habe ich ein Inventar? Habe ich ein Inventar, Leute? Von Schultz. Ah, nein. Cool. Ich bin mir sicher, dass offene Dachboden war. Oder im Keller. Ja. Was hier vielleicht steht außen? Ne. Hier? Nein. Ich glaube, wir gehen nochmal hoch. Geh nochmal nach oben. Ich kann mir die Bilder halt auch nicht nochmal angucken. Muss ich zum Friedhof vielleicht zurück? Kann ich vorne raus vielleicht wieder? Da halten wir fest. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht rein. Shit. Wenn wir das Bild mal genau angucken sollen, Leute. Ich weiß nämlich jetzt nicht. Vorne kommen wir auch nicht mehr raus. Hier geht es auch nicht weiter. Irgendwo hat dieser... Holzenschneider... ...Holzenschneider... ...gestanden... ...den wir jetzt brauchen. ...und leider nicht mehr. Wo? Ah, hier können wir auch durch. Guck mal an. Ah, ich dachte, wir kommen Sachen näher. Könnte auch hier oben gewesen sein. Boah. Scheiße. Kann ich hier mitnehmen? Ja. Ganzes Equipment steht hier, Leute. Scheiße. War das hier echt? Ja, richtig. Nice. Ganzes. Ganzes Erschrecker Equipment steht hier, Leute. So eine hässliche Figur komme ich da rein. Ja, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich in den Keller. Oh, die Steps, Leute. Lasst euch davon nicht beeindrucken, wenn ihr das Spiel spielt. So, ich kann jetzt eigentlich hier rein. Schau mal an, oder? Jetzt hab ich der Boardschensteuer und komme nicht rein, glaube ich. Ah, noch irgendwo ne Kette. Ne, eigentlich nicht. Da hinten wir eine Kette vor, aber ich glaube, da kommen wir nicht rein. Nee, da kommt sie nicht hin. Nee. Ich muss noch so hoch gehen. Gehen wir noch mal zum Friedhof zurück. Irgendwas fehlt mir anscheinend noch. Oh. Kann ich nichts machen? Das ist doch nur noch da eine räumende Kette, oder? Und oben. Aber oben komme ich aus unerklärlichen Gründen nicht ins Zimmer. Nee, ist es eigentlich nicht, oder? Da ist keine Kette, da brauche ich nicht mehr hin. So, echt, ich würde jetzt nur der Raum einfallen, ne? Meine Mutter hat mich gehauen und hat mich in den Raum eingesperrt. Ja, ich kann aber hier nichts machen, hier. Mit dem Auto vielleicht? Ach, macht es nicht noch mal an? Nö. Okay. Hm, was mach ich jetzt mit dem Folzenschneider? Leute, ich würde sagen, für heute endet die Folge hier und in der nächsten Folge geht's genau hier weiter. Haut rein!